In Alaska ist wirklich nicht viel los. Ein Besuch im Kino ist da genau das Richtige. Das dachte sich wohl auch dieser Elch und spaziert in die Lobby. Schließlich entdeckt er etwas altes Popcorn in der Ecke und haut rein. Seelenruhig marschiert er dann wieder ab. Ein Popcorn fressender Elch, das gibt's wohl nur in Alaska.